So, wir sind noch mitten in der Mission, liebe Leute, wir müssen Druckplatten stehlen und das machen wir heute. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Syndicate. So, ich guck mal gerade, ob ich hier irgendwie Hallesugiene-Bolzen habe, da sind sie doch, weil die stehen nämlich schon um ein Feuer rum, die Jungs da vorne. Warum komme ich nicht rüber und erteile dir mal deine Lektion? Na, natürlich, die kommen natürlich nicht rüber. Plupp, wir sterben. Na, ist egal jetzt. Wollen wir nicht. Kann ich hier jetzt über diese Entfernung? Nein, kann ich nicht. Ich muss ja meine Bolzen mal verstärken, damit ich mal... Wir haben keinen Gegner zu zerlegen, die so... Aber wir nehmen sie alle mit komplett. Wir brauchen nämlich ein bisschen Zeugs noch. Haben wir das alles mit. So, aber hier noch ein Gegner noch näher. Nö, sind alle drin, ne? Wer hätte ich sein Kuppel am Morde? Aha, jetzt hat er zureinander gecheckt. Gut, die werden es nicht freiwillig rausgeben. Das ist mir aber auch herzlich egal. Gut. Aber mitnimm. Nimm ich zurück in die Bank damit. Schafft sie hier weg. Nimm mir den einen mit. Nö, hab ich nicht. Eigentlich nicht. Ich nehm nur alle deine Freunde gerade mit nach Hause. Also, ich nehm mal deine ganze Freunde mit raus. So, jetzt können wir mal gucken, was wir hier noch machen müssen. Wir müssen noch was noch verbrennen. Das ist hier irgendwie gerade sehr, sehr wichtig. Anzünden. Gut, das Falschgeld erstmal wegkriegen. So, und jetzt müssen wir die Zivilisten in die Bank lassen. Wohin wäre ich jetzt... Mich jetzt mal gerade wieder verkrümelt da hoch. Da müssen wir ja Zeug noch irgendwie in die Bank heute. Na komm. Evie, du bist doch gut am Klettern. Aha, endlich. So. Noch hier unten ist wieder eine Kiste. Die nehme ich gerne mal mit. Wo ist denn die? Ist die ganz unten? Die ist ganz unten. Okay. Die nehmen wir mit. Wenn wir schon mal hier sind, kann man so auch direkt mitnehmen. Na, Chemikalien auf jeden Fall immer wichtig. So, als wir die ganzen korrupten Bankbesitzer, was auch immer, ledig. Das haben wir ja schon mal zu mir, haben wir ja vor einigen Folgen gemacht. Und jetzt machen wir einfach mal kurz den ganzen Zivilisten. Hey, ihr könnt ja. Hört mich in Ruhe. Hört mich in Ruhe. Hört mich. Halt. Ich darf wirklich lang. Ach ja, wir müssen auch mit irgendwelchen Leuten, wir müssen auch mit irgendwelchen Leuten, ein bisschen durch die Gegend kämpfen. Okay, machen wir das doch. Ich habe es nicht gerechnet, dass ich jetzt noch ein bisschen, dass ich jetzt noch Feindpräsenz kriege, das ist für das es nicht, das können wir schon liegen. Ich weiß jetzt. So, du mein Freund kommst jetzt auch mit. War was? Ach, die ganzen... ganzen Kollegen da vorne, die sollen jetzt erstmal... Das ist nicht mein Problem jetzt. Ich hole jetzt mal alle eure Freunde da. Warte mal, stell dich bitte mal alles an. Ich wollte gerade sagen, es kommt jeder ran, irgendwie. So, bringen wir mal die Rückplatten zurück erstmal. Sonst würde ich das auch erledigt haben. So, als wären sie nie fort gewesen. Genau so ist es. Aus der Bank of Englands entkommen und irgendwas ist gerade hier noch... Ich sehe gerade noch nicht wo. Geh hinter. Die nehmen wir nämlich noch mit, weil das könnte noch was Wichtiges sein. Handschuhvorlage, chimäre. Okay. Also, raus hier so schnell wie es geht jetzt. Im Zweifel mal über die Tische. Jetzt muss ich gerade nochmal einen Ausgang finden, wo ich hier rauskomme. Ein bisschen Idealfall, wo ich da... wo ich reingekommen bin, ne? Nimm mal einfach bei den Ausgang, oder? Oder ist das nur so inzwischen? Ja. Oh, tschüss. Ich bin mal weg, ne? Mit Elberlein reden. Ja gut, der steht direkt hier ums Eck. Das ist immer gut. Ich gehe aber den Weg auch wie immer oben rum. Kennt er, ne? So. Da haben wir das auch geschafft. Gut, die Londoner Zeitung schreiben, dass alles nur eine Ente war. Keine Aufstände mehr. Vertrauen in die Bank wiederhergestellt. Sehr gut. Und endlich wieder eine ruhige Nachtschicht für mich. Miss Fry, ich kann Ihnen nicht genug danken. Schön, dass wir eine Katastrophe abwenden konnten. Auch eines Jacob ist, der mir danken sollte. Jo, Ehrenrettung der Bank. Wir haben das Falschgeld verbraten, wir haben die Zivilisten in die Bank gelassen und nehmen uns hier einfach die Erfahrungspunkte mit. Und da bin ich auch ziemlich froh drüber. Cool. Dann haben wir das auch erledigt. Und wir haben eine neue Schusswaffe. So. Was machen wir denn in der nächsten Folge, liebe Leute? Was haben wir noch ein bisschen? Wir haben ja noch ein Momentchen. Was heißt in der nächsten Folge? Was machen wir denn jetzt in dieser Folge noch? Komm, wir machen eine Kopfgeldjagd. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit heute. Ich will ja ungern unter 10 Minuten die Folgen machen. Manchmal machen wir das natürlich ein bisschen länger, weil die Mission damit reinpasst. Aber heute machen wir noch eine kleine Kopfgeldjagd. Und da machen wir noch, müssen wir noch ein Zugversteck. Vielleicht haben wir da auch noch eine Mission stehen irgendwo. Und wir müssen jetzt mal Geld aus dem Safe rausholen. Weil wir haben über drei, fast 41.000 als Geld. So, wo müssen wir denn da hin überhaupt? Ah, da oben irgendwo hin. Okay. Ich muss mich nur orientieren, wo die Mission ist. Im Zweifel mal da, wo es angezeigt wird. So, damit er von ihr. Okay, das kommt hin. Ja, so ganz nebenbei. Mal mal kurz noch ein bisschen die Stadtgebiete erobern. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Das ist nicht ganz unwichtig. Krass, wie weit er verschießen kann mit dem Ding. Also, weil es das wieder eine Kopfgeldjagd oder sowas. Weil es jetzt eigentlich relativ fix gehen kann. Ich denke, dass dieser Staric oder so, das wahrscheinlich am Ende der Endgegner sein wird. Also, alles andere würde mich schwer wundern. Es gibt noch mal eine dicke Überraschung. Man weiß es halt nicht, ne? Oh, ich soll den Rückspieler ausspielen. Hat das? Ah, super. Ach, der hat mich daran gesagt hat er. Ja, super. Ich habe niemals gemacht. Ja, die ist natürlich jetzt weg. Ja, tanze noch ein bisschen. Oh, ich tanze ein bisschen auf dem Ding rum. Ich bin hier. Wie sind die? Ist die jetzt weg, oder was? Scheiße. Ja, ich weiß, dass du mich hören kannst, weil... Ja, ich schätze nicht. Ich muss natürlich jetzt wieder... Ja, super. Okay. Eigentlich war es alles geplant heute. Ja, alles ist mir einfach gekommen. Okay. Ja, gut. Ja, alles gut. Tschüss. Bleib stehen! Tschüss. Ich meine, ich hole mir dann einfach nicht die Dings misse, die, die, die Kohle, sondern ich mach die einfach kurz so kalt. Aus meiner Entfernung. Ich weiß nicht. Alles gut. Da ist sie! Hat denn nichts zu suchen! Hörst du! Der Fisch! Der Fisch! Der Fisch! Der Fisch! Jetzt zieh auf! Das ist es! Hm. Ach! Die geht nicht mehr auf! Im Zweifel schießt du die einfach von der Hauswand weg! Ach mann! Der Schatz bei der hohen Rogen! Ich kann ja nicht abhauen! Fliehen sie aus dem Kampf! Aber du kannst nicht! Weil du einfach von der Hauswand weggeschossen wirst! Egal! Alles gut! Ich will die Alter noch kriegen! Ja! Dann laden wir halt noch ein bisschen! Ich muss natürlich wieder zum Käufer jetzt! Ich geh mal kurz zum Käufer hin und kurz was mal was holen! Ja! Steht da! Alles auffüllen! Mach mal mit! So dann haben wir mit den Kohle für den Kopfgeldjagd! Ich geh mal weg! Ich geh mal weg! Wenn ich da rüberkomme wirst du dir wünschen, du wärst nie gewogen! Und so weniger ich davon Aufmerksamkeit errege, umso besser ist es! Komm her mein Freund! Niemand darf einen von uns töten! Wer hat das gesehen? Komm schon! Ich will hier keine Köpfe einschlagen! Da ist der Weg! Schneller kannst du nicht rennen! Hab sie! Geh mich aus wie ein Fisch! Du! Du musst mich herausfordern! So, weniger von neuen Leuten! Haben wir noch irgendwas rumlaufen? Haben wir noch irgendwas rumlaufen? So, dann nehmen wir die mit! So, dann nehmen wir die mit! Ha, lass mich doch nur! Kann ich die da drin verstecken? Reicht das? Ne, reicht nicht! Geh mir den alle auf! Geh mir doch nicht alle gleichzeitig auf und dürfen! Ja, warum muss ich denn die jetzt abliefern? Ja, ich hab nur so leben! Ich hab keine... Ne, die kann ich nicht nehmen! Ich spür! So leben, ich kann die Kutze nicht entführen! Sorry, mein Freund! Du hast mich jetzt noch nicht angegriffen! Das heißt, ich nehme ja... Eure... So, jetzt verstecke ich die Olle erstmal damit... Ich weiß, wir kriegen keinen Zusatz dafür, aber ist egal! Ja, die haben sich sogar noch gegenseitig weg! Ja, die haben sich sogar noch gegenseitig weg! Naja, oh, komm! Komm, Mutta, mein Freund! Warten wir das, wir Erwachsene! Weiß ich? Hast du... Ich bin da fertig! Warte, 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 warte! Du weißt, warte, 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 warte! Warte! Keine du, warte, warte, warte! Warte, warte, warte! Dann machen wir dann mal ein kurzer kleiner Holz. Dann haben wir es auch abgeliefert. Dann sind wir auch durchverritten. Mein Gott. Was für ein Mist. Darf ich aber. Tut mir leid. So. Erledigt. Und das nächste Teilgebiet wieder gehört uns. Das wird jetzt immer mal ein bisschen wieder. Gut. Dann haben wir es geschafft. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bei das ist das Grid Syndicate. Und wenn ich mal hier rumlaufen kann. Geben machen wir dann heute mit dem nächsten Hauptbisschen. Oh, wir haben noch einen Brücken. Moment, Moment. Moment, Moment. Das mache ich noch nicht. Komm mal einfach. Rass mich schon. So, jetzt haben wir es. Ah, ich habe ein Messer mit dabei gehabt. Denn nicht, dass ich gerne mitnehmen wollte. Oh, wo sind die anderen beiden Leichen jetzt hin? Na, okay. Einer liegt hier. Ah, der kann man nicht mitnehmen. Dann komme ich schütten. Aber dich können wir noch mitnehmen. Tschüss. Gut. Dann würde ich sagen, wir haben wir trotzdem mal feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bei es jetzt gibt es in die Gate. Und dann gucken wir mal, was das ist. Das ist ein Schild. Hi. Vielen Dank.